Willkommen zurück bei Minecraft Hardcore. Unsere Bienen sind wieder unterwegs. Und wir warten jetzt, dass es Honig gibt. So. Einmal müssen sie noch. Ich gucke mal, ob die zweite Biene schon erwachsen geworden ist. Das heißt, ich nehme mir jetzt zwei Blumen. Hallo Fuchs. So, wie lange bleibt die Biene jetzt eigentlich da drinne und wann kommt sie wieder raus? Das würde mich jetzt interessieren. Euch geht's gut da oben? Na, warten wir mal. Bauen wir mal in der Zeit ein bisschen weiter. So, das Redstone brauchen wir nicht mehr. Spinnenseile heben wir auch auf. Erde? Na, die heben wir mal auf. Können wir immer zum Bauen gebrauchen. So. Wie geht es? Jetzt willst du auch noch da hochklettern, was? Habt ihr Langeweile? Wie viele? 37. So. Hallo Kühe. Hallo Schafe. So. Okay. Okay. Und die restlichen Brote bekommen unsere Dorfbewohner. Das heißt, das restliche Getreide. Ah, wir brauchen mehr Bienen. Ah, da sind sie. Ah, habt ihr gesehen? Der hat die Wabe rausgeschmissen. Ich habe drei Bienenwaben. Ich habe drei Bienenwaben. Das bedeutet, wir können aus Holz... Na nun, wo hat man ganzes Holz hin? Ach, dass es oben war? Dark Oak. Nein, wenn, dann will ich Spruce haben. Davon haben wir nämlich genug. So. Aus Spruce-Holz. Von wegen, ich habe genug. Ich habe gar keinen Spruce mehr. So. Aber acht Reichen. Daraus können wir nämlich eine Bienenbeute bauen. So. So. Die Mechanik, um Honig zu ernten, wird ein bisschen komplizierter. Da muss ich selber nochmal nachgucken, wie das lief. Aber, das werde ich automatisieren. Muss ich noch ein paar Ressourcen sammeln und dann kann es losgehen. Weil ich möchte Honiggläser haben, welche mir dann helfen werden, zum Beispiel, wenn wir mal in eine Mine gehen, gegen Vergiftung. Weil die lösen den, äh, Gift, den Gift-Buff, den lösen die auf. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch Schönes hatten. Die können wir abladen. Die können wir abladen. Gut. Das ist Beute. Ah, hier sind unsere Glas-Bottles. Die brauchen wir später. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Ah. Erntezeit. So. Die sind noch nicht reif. Die sind reif. Super. So. Es läuft. Ja, um den ganzen Mist zu automatisieren, brauche ich haufenweise Trichter. Das heißt, ich müsste eigentlich, ja, ich muss in die Mine. Es geht nichts drumherum. Ich muss in die Mine. Ich brauche Eisen. Viel, viel Eisen. So. Aber erst mal kümmere ich mich um meine Kellerkinder. Rote und Zucker. Jetzt nehme ich nämlich das Papier. Und geh mal unten meine Kellerkinder hochleveln. Und du willst... Was hast du für einen Job gerade? Feather Falling 4. Haben wir bereits. Hallo, Freunde. Wo war'n der, den ich fast hochgelevelt hatte? Hier. Wie, einer nur? Boah. Habt ihr einen Verbrauch am Papier? Mann, 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 Mann. So. Der kann Papier weg, der kann die Blume weg. Achso, gar kein Platz mehr. 49. Wie viel kostet da eine Portion? 32. Alles klar. So. Und jetzt gucke ich mal, was der da unten anzubieten hat. Feather Falling 4, sagst du, ja? Brauchen wir nicht. Channeling. Ach, ich hab doch keinen Dreizack. Mit Dreizack wäre Channeling richtig gut, ja. Nichts. Der ist mir zu riskant. Komm, gib mir was Vernünftiges. Unbreak. Ne, Unbreaking haben wir ja schon. Flame, Fortune, Multishot haben wir. Effizienz hier haben wir. Wir könnten Resist-Zie brauchen. Oder Smite. Smite wäre toll. Was hältst du davon? Dann könnte ich hier Smite draufschmeißen. Jetzt wird er nicht mehr arbeitslos. Ja, da hast du Pech. Dann später. Tschüss. Hier läuft ein Arbeitsloser rum. Ah, warte mal. Ich weiß, was ich mit dir mache. Ich weiß, was ich mit dir mache. Und zwar wirst du Cartographer. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ein Cartographic-Table war. Wir haben nämlich noch keinen Cartographer. Fletching-Table? Na nun? Na nun? Wie war denn ein... Wie war denn dieser dumme Cartographer? Ich will so ein Cartographic-Table haben. Jetzt habe ich das vergessen. Da ist er. Papier. Papier und Holz. Das haben wir. Das haben wir, habe ich gesagt. Wir haben zwei... Ach, verklickt. Wir haben zweimal Papier. Und wir haben... Und wir haben Holz. Alle, wenn ich auf jeden Fall trageSpeisineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineine Zuhu! und wir haben holz guck mal das holz jawohl so und so ja mein kartographer dem habe ich nicht was ganz bestimmtes vor ich bin mal wieder gruppmotoriker du schläfst gut jetzt kann ich nämlich der kartography table hier unten einbauen dann kletterst du nämlich nicht darauf drum ist das nicht toll bin ich nicht so guck mal dass er wach genau der kriegt nämlich der kauft nämlich papier und später verkauft er mir glas und das glas will ich haben so das mache ich hier genauso ja du bist wach du kannst dich schlafen so weil die können nämlich nicht schlafen jetzt schläft er so gut du bist okay ich können wir einbauen so du bist okay ja und du bist wach siehst du schlafen so erledigt 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 und ich gehe jetzt auch schlafen außer wie sieht es draußen aus alles top ja wieder spaß so sieht das toll aus aber es funktioniert so jetzt muss ich mal gucken da ich werde nochmal eine Axt wieder aufladen oh super ja kommt her freunde komm du da hinten auch noch so jetzt nehme ich meine Axt kommt her ihr kugeln ja klingelingeling so gut ich gehe jetzt schlafen ja ihr Zombie steht nur dumm rum wa gute Nacht es werden brennende Zombies hallo Bienen hallo Bienen immer noch eine Babybiene wer greife ich denn hier an auch so kling klang klong super super das hilft uns ein bisschen unsere Pickaxe auf Vordermann zu bringen so den Bienen geht es gut das sind zu wenig ich brauche ich mag keine ich mag keine Creeper wo sind meine Bienen kommt raus Leute so wie sieht es mit dir da unten aus bist du mittlerweile arbeitslos immer noch nicht dann kriegst du dein Table auch nicht wieder so einfach ist das so mit O Protection Unbreaking eigentlich ist es ja richtig gut warte mal ich kann doch das ganze Zeug entzaubern dann krieg ich da auch haufenweise Punkte dann kann ich nicht wieder an den Fletching Table gehen muss ich mal überlegen ob ich das mache so auf was schießt du denn da drüben die Zombies sind doch alle verbrannt Ach der Creeper scheiße stimmt der verbrennt ja nicht so was willst du so mal gucken warum habe ich jetzt schon wieder keinen Platz ich muss endlich wieder Ordnung schaffen ach die beiden Blumen kann ich ja zwischenlagern ja ich muss endlich wieder Ordnung schaffen so so solange sich die Bienen nicht blicken lassen kann ich sie nicht vermehren dann kann ich die Blumen weglegen so Rüstungen kann weg Reagenzien da zählt das auch dazu da kann ich den Schwarzpuffer hier sammeln weil was anderes als Reagenzien stelle ich daraus nicht her ja Arrow of Healing brauche ich nicht wo habe ich den eigentlich her so ja hier kommt hier her Papier brauche ich jetzt jede Menge ich brauche eine größere Dingsfarm hier hinten ich brauche mehr Papier aber richtig mehr Papier aber wenn ich unsere Zeit sehe müssen wir dann wieder alle verschieben so wie geht es unseren Bienen die lassen sich immer noch nicht blicken oh man hoffentlich war die ganze Aktion kein Schuss in die O oh doch guck mal die haben Bienenwaben so okay das heißt ich muss mir Gedanken machen um eine Automatik dass ich jetzt Reagenzien dass ich Honig sammeln kann so das heißt ich nehme hinten erstmal die Schere raus und da kommen dann die Flaschen rein, die Glasflaschen und dann brauche ich hier drunter einen Trichter der die Glasflaschen absammelt so ok aber ihr seht unsere Zeit ist um das heißt ich sage wieder danke fürs Zuschauen beim nächsten Mal arbeiten wir weiter und bis dahin macht's gut genießt das neue Jahr und see you later